Auf der japanischen Insel Kyushu ist am Sonntag der Vulkan Sakoajima ausgebrochen. Aufnahmen einer Überwachungskamera des japanischen Wetterdienstes zeigten rote Lavaströme und Lavabrocken, die in die Luft geschleudert wurden und in bis zu 2,5 Kilometern Entfernung niedergingen. Der Vulkan liegt im Süden der Insel, in unmittelbarer Nähe der Großstadt Kagoshima mit knapp 600.000 Einwohnern. Dort sollten einige Stadtgebiete evakuiert werden, teilten die lokalen Behörden mit. Eine größere Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, hieß es. Der Sakoajima ist einer der aktivsten Vulkane Japans. Im Jahr 2019 spuckte er Asche bis in eine Höhe von 5,5 Kilometern.